Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Star Stable Special, denn pünktlich zum Kartoffelfest ist noch ein kleines Gimmick mit reinbekommen, was der eine oder andere von euch wahrscheinlich gar nicht bemerkt hat, denn während des Kartoffelfestes ist auch die gute Zeh mit von der Partie, die ist nämlich hier direkt beim Kartoffelrennen an der Seite. Und ja, was könnt ihr mit der Guten machen? Ihr könnt ihr ganz gehörig auf die Nerven gehen, geht einfach zu ihr hin, klickt sie an, erst schnauft sie euch an, dann wiehert sie euch an, dann ist sie schon etwas außer Puste und schnauft. Sie wiehert weiter, sie wird deutlich energischer und zu guter Letzt fängt sie an, uns böse anzublitzen, starrt uns etwas ruhiger an, wird genervter und... Und ja, ich glaube, Zeh ist jetzt schon ziemlich garstig und wünscht sich am besten, dass Idris jetzt hier wäre, um einfach mal mit einem Handwink das Ganze zu beenden. Doch, zu guter Letzt fühlt sie sich dann doch so genervt, dass sie sich einfach auf den Weg weg macht. Und ja, jetzt ist die Frage, wohin verschwindet Zeh eigentlich? Wir folgen ihr einfach mal ein bisschen. Und da stelle ich mir die Frage, schreibt mir doch mal in die Kommentare, habt ihr auch schon Zeh dazu gebracht zu verschwinden? Oder steht Zeh bei euch noch da? Wusstet ihr eigentlich überhaupt, dass das geht oder ist es euch gar nicht aufgefallen? Ich muss dafür sagen, im Stream ist mir gar nicht aufgefallen, dass Zeh da an der Seite stand. Ich habe eher auf die Reiterin geguckt und... Okay. Jetzt steht Zeh einfach hier. Zeh ändert einfach nur den Platz und bleibt jetzt dann hier an der Seite stehen. Aber wir müssen mal gucken, wenn wir uns re-loggen, ob Zeh dann wieder hier ist. Aber damit verabschiede ich mich auch schon für dieses kleine Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao, ciao.